Hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Das ist jetzt so ein kleines Infovideo schon wieder. Und ja, wie ihr seht, der Raum ist dunkel. Ich wollte gerade Outlast aufnehmen, was ich gerade entdeckt habe. Ich habe Outlast auf Versehen gelöscht. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mal echt... Meine Festplatte war komplett voll. Ich habe so viele Sachen runtergelöscht und wie es aussieht auch Outlast. Und ich bin wirklich mega enttäuscht. Das war jetzt richtig geil. Ich habe mir jetzt noch ein Let's Play von Outlast angesehen. Das macht richtig Bock. Ich hätte jetzt gewusst, was ich machen soll. Und wir hätten das schnell durchgehabt. Aber wie es aussieht, kommt jetzt kein Outlast mehr. Also von der Liste kommt jetzt erstmal Outlast runter. Ja, also es kommt dann halt wie gewohnt... Boah, wie nenne ich das dann? Nennen wir es mal jetzt provisorisch die Doggy Time. Bei der ich einfach irgendwas hochlade. Wenn jetzt kein fixer Plan steht, also jeden zweiten Tag ist dann die Doggy Time. Da kann dann irgendwas noch dazukommen. Also das ist jeden Tag kommt eben Hexit. Und jeden zweiten Tag eben dann Hexit. Plus die Doggy Time, wo dann irgendwelche Spiele kommen. Ja, sonst, wenn ihr wollt, dass ich noch andere Horrorspiele spiele, angefangen von Slender bis, was weiß ich, da gibt es so extremst viele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen, dass ich sehe, dass ihr auch sowas wollt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Das unterstützt mich wirklich sehr. Ja, du like deine Horrorsum. Ja, und ja, das war es eigentlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.